Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen Afterpatch vom K2K Merchglitch zeigen. Für diese Version benötigt ihr auf jeden Fall auch die Hilfe von einem Freund. Ebenso benötigt ihr eine Yacht und das Spenderfahrzeug. Das heißt das Fahrzeug, von dem ihr dann die Settings auf das andere Auto übertragen wollt. Mit dieser Methode könnt ihr euch auch mehrere Autos in einem Durchgang merchen. Und ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir uns auch schon direkt losstarten. Wir begeben uns zunächst einmal zur Arena, da zum Ticketschalter, drücken dann einmal Steuercots nach rechts. Sobald wir dann da in diesem Menü sind, suchen wir jetzt uns einmal den Bot raus. Für die Playstation 4 ist das Underwag 2 P4, für die Playstation 5 ist das Underwag 2 P5. Unten rechts werden wir jetzt gleich die Meldung bekommen, dass die Details der GT-O-Einsitzung abgerufen werden. So, die ersten beiden Meldungen, die jetzt kommen, die nehmen wir ganz schnell mit X an. In der zweiten Meldung warten wir drei Sekunden, die dann auch einfach mit X bestätigen. Und dann werdet ihr sehen, dass jetzt nun unten links auch die Minimap verschwunden ist. Und um zu testen, ob ihr jetzt wirklich auch verglitscht seid, könnt ihr jetzt mal auf Options drücken. Ihr könnt jetzt auch nicht mehr auf Options drücken. Das heißt, unser Freund muss sich dann jetzt ins LSK mitbegeben und uns dann eine Einladung ins LSK mit schicken. Diese Einladung, die nehmen wir dann ganz einfach an. Dort im CarMid angekommen, öffnen wir einmal das Handy, Mechaniker anrufen, rufen wir jetzt einmal das Auto, von dem wir die Settings übertragen wollen. Als nächstes öffnen wir das Interaktionsmenü, laden unseren Freund einmal zum Sprint ein. Ihr werdet sehen, der Countdown wird jetzt ablaufen, den lassen wir jetzt ganz normal ablaufen. Dann wird der Job starten. So, ist der Job dann gestartet, begeben wir uns einfach zum nächstgelegenen LS Customs. So, kurz bevor wir da sind, einmal als CEO registrieren. Dann fordern wir uns einmal den CEO Buzzard an. Wir geben uns dann jetzt zum LS Customs. Dort dann ganz einfach reinfahren. Und sobald jetzt die Einfahr-Animation kommt, einfach Dreier gedrückt lassen, um zu respawnen. Dann werden wir jetzt einen unendlichen Ladescreen bekommen. Ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes kommt jetzt wieder der Bot ins Spiel. Einmal den Bot beitreten. Diese Meldung aber jetzt nicht bestätigen. Als nächstes suchen wir uns jetzt einmal über PSN unseren Freund raus, der sich auch in derselben Lobby befindet, wie wir. Den einmal beitreten. In dieser Meldung jetzt auch nichts machen. Wir warten einen kurzen Moment. Die erste Meldung wird dann automatisch verschwenden. Und die zweite Meldung nehmen wir dann ganz einfach mit der X an. Die dritte Meldung können wir auch mit X annehmen. Werden wir zu Fuß in LS Customs spawnen. Ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes begeben wir uns dann wieder zum CEO Buzzard. Und begeben uns zu unserer Yacht. So, dort bei der Yacht angekommen. Einmal den Captain anrufen. Persönliches Fahrzeug anfordern. Jetzt gehen wir auf die Garage, auf das Auto, was wir uns merchen wollen. Und sobald wir das Auto angefordert haben, einmal respawnen. Und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt mit dem neuen gemerchten Auto spawnen. Ja, das Auto können wir jetzt ganz normal in LS Customs reinfahren. Irgendwas am Fahrzeug ändern. Und schon ist das Auto abgespeichert. Ja, wenn ihr euch jetzt das nächste Auto merchen wollt, einfach wieder den CEO Buzzard anfordern. Dann fahren wir wieder in LS Customs rein. Wieder die Respawn-Taste drücken. Dann werdet ihr auch wieder einen unendlichen Black Screen bekommen. Dann wieder den Bot beitreten. Und einfach die gleichen Schritte wiederholen. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.